Wenn Gleichberechtigung sich danach definiert, ob Männer eine Waschmaschine benutzen können, dann greift mir das deutlich zu kurz. Deshalb kann ich mit der Bemerkung von Wolfgang Schäubleich wenig anfangen. Gleichberechtigung ist für mich Wertschätzung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, die gleichen Aufstiegschancen. Da ist mir es relativ egal, ob man eine Waschmaschine bedienen kann oder nicht. Ich gehe davon aus, dass es in einer häuslichen Gemeinschaft, sprich Ehe, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, dass man sich die Arbeit aufteilt und heutzutage nicht in männliche Arbeiten, sprich Gartearbeit verrichten und wäuliche Arbeit, sprich Haushalt, irgendwo getrennt werden muss, sondern dass das eine oder andere fließend ineinander übergeht. Also er hat vollkommen recht. Ein Mann bricht sich den Arm nicht, wenn er einen Büchleise in der Hand hat. Das kommt auf die Generation an. Wenn ich mir so die Generation der jungen Männer anschaue, zum Beispiel mein Schwiegersohn, für den ist das kein Thema. Also die teilen sich die Hausarbeit, die sind beide voll berufstätig bei älteren Männern, die sind natürlich auch noch anders erzogen, sozialisiert. Da muss man vielleicht auch uns so doch mal erinnern. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Generationenungleichgewicht. Also in meiner Generation, wenn ich es mal so sagen darf, gibt es ja, glaube ich, eine ganz andere Wahrnehmung, dass man natürlich auch die Haushaltsaufgaben aufteilt untereinander. Bei Herr Schäuble's Generation, um es mal so zu sagen, glaube ich, ist das noch eine andere Denke. Aber es entwickelt sich, glaube ich, fort und man sieht schon, dass dann Umdenken stattfindet. Wir haben mit meinem Mann tatsächlich Gleichberechtigung. Wir machen beide alles und müssen darüber auch nicht diskutieren. Und wir unterstützen uns vor allem auch gegenseitig in der beruflichen Entwicklung. Das ist für mich echte Gleichberechtigung. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und deshalb geht die Diskussion für mich an der Realität vorbei. Reduziert die Frau übrigens auch auf Hausarbeit. Jetzt in meiner Zeit im Landtag etwas weniger, weil mir die Zeit einfach dazu fehlt. Aber ich kann bügeln, ich kann waschen, ich kann auch ein Bad putzen und kann auch Staubsaugen und auch Fenster putzen. Also mein Mann und ich, wir teilen uns das. Natürlich fängt er nicht an zu kochen und zu bügeln, aber er hat natürlich gewisse Aufgaben, wenn ich nicht da bin. Und das macht er auch ohne Probleme. Sonst sollte es nicht funktionieren. Gut aufgeteilt. Wobei ich sagen muss, ich bin jobmäßig natürlich eingebunden. Aber meine Tätigkeiten sind der Abwasch, die Kleidung waschen und so weiter und so fort. Also ich habe meine Tätigkeiten. Die muss ich auch erfüllen. Die werden auch abgefragt. Das ist auch richtig so, dass ich erinnert werde. Ich bin berufstätig. Meine Frau ist mit zwei Kindern daheim. Ein kleineres von dem her hat sie natürlich in dem Fall mehr Zeit, wie ich jetzt beispielsweise. Sie muss sich natürlich auch um die Kinder kümmern. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die man auch wertschätzen kann. Und er hat, was jetzt das Beispiel von mir angeht, sicherlich recht, dass man als Mann seiner Frau auch mal mehr unter die Arme greifen kann. Politik hat für Rahmenbedingungen zu sorgen. Ich sagte schon, gleiche Lohn für gleiche Arbeit. Wir brauchen flexible Arbeitszeiten, die Männern wie Frauen ermöglichen, Familie und Beruf zu kombinieren. Das sind alles die Dinge, wo Gleichberechtigung auch politische Rahmenbedingungen braucht. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber da gibt es durchaus auch das eine oder andere noch. Frauen in Vorstandspositionen, Frauen in Führungspositionen. Na gut, es ist natürlich immer die Frage, wie Frauen auch in ihrer Präsenz auch sichtbar sind. Und das kann Politik schon verbessern. Also wenn Frauen zum Beispiel auch in Bereichen, wo sehr viele Männer sind, also in den Berufen, aber auch zum Beispiel in der Politik, ist ja immer noch Männer dominiert. Wenn da mehr Frauen präsent sind und sichtbar sind, dann ändert sich auch das Bewusstsein der Männer. Solange wir immer in der Unterzahl sind, ist das natürlich viel schwieriger. Also es geht um Bewusstseinsänderungen, da muss man es halt leben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn es dann vorgelebt wird, auch von den Eltern, das ist ja auch etwas. Ich glaube, da ist auch das Elternhaus gefragt zu zeigen, es geht auch anders. Und die Politik ist natürlich immer gefragt, es selber auch zu zeigen. Es ist natürlich schwierig, ins einzelne, private Leben einzugreifen, wie ein Mensch sein Leben führt. Und ich bin kein großer Freund von Bevormundung. Also ich denke, das muss jede Frau mit ihrem Mann selber klären. Wenn sie einen Mann hat, der ihr überhaupt nicht hilft, kann sie sich mal die Frage stellen, ob es der richtige Mann ist.